Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Gunnar, er ist die vierte Kette. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute mal ein etwas anderes Video. So ein ähnliches Video hatte ich schon mal vor einigen Wochen oder Monaten mal gemacht und zwar müssen wir mal ein bisschen oder kurz mal über diesen Kanal reden. Es ist aktuell so, dass ich ja sehr sehr viel Content bringe, fast jeden Tag, spätestens jeden zweiten Tag kommt ja meistens ein Video online, weil ich auch wirklich sehr viel noch übrig habe, was ich raushaue, aber ich muss ehrlich sagen, weil ich gar nicht so lange heiße, es ist für mich derzeitig wirklich sehr anstrengend. Es macht mir teilweise ist es für mich so, dass ich unterwegs bin und denke mir, boah, du musst heute noch an dem PC, du musst heute noch ein Video fertig machen, du musst es hochladen, du musst es fertig machen und das ist so eine Sache, das ist unglaublich anstrengend mit der Zeit. YouTube sollte ja ein Hobby sein und sollte auch möglichst ein Hobby bleiben. Mir macht das Spaß, mir macht dieser Kanal, die Fertikokette, unglaublich viel Spaß. Alles rund ums Thema Happy Matter. Eigentlich sollte es Comics, Filme und Mette gehen. Aktuell haben wir irgendwie nur Mette, was ja auch völlig in Ordnung ist und es wird wahrscheinlich auch immer größtenteils so bleiben hier auf dem Kanal oder wahrscheinlich auch das einzige Thema bleiben hier. Aber es ist aktuell für mich sehr viel. Es macht mir teilweise fast schon keinen Spaß mehr, weil es nicht mehr wie ein Hobby rüberkommt, sondern eher wie eine Verpflichtung. Und das ist so, boah, ja, dann stehst du halt irgendwann da, okay, du musst jetzt ein neues Video drehen, weil ich gefühlt, du musst, ja, du hast diesen innerlichen Druck, den ich mir selber setze, dafür gehört ihr nichts. Aber ich sage mir so, es macht mir halt auch keinen Spaß. Die Videos wirken, ja, recht monoton, irgendwie ein bisschen langweilig, finde ich, ja, das ist für mich so persönlich kaum unterhaltungswert, weil ich mir denke, so, okay, man sieht halt irgendwie, also ich, klar, weil ich es auch gedreht habe, logisch, das ist halt irgendwie so, ja, so, weißt du so, weißt du so, da ist kein Schnitt drin, ein bisschen Werbung für die Social Media ist drin und das war's, weißt du? Und das ist so eine Sache, wo ich sage, so, boah, das ist ein bisschen, ja, langweilig. Ja, und deswegen habe ich mir gesagt, okay, stopp, ich werde jetzt ein Video machen für die Community, dass du Bescheid wirst, morgen kommt sowieso ein Video für Adrian, aber ich werde nicht mehr so viel Content bringen. Ja, erstens will ich, dass YouTube soll mir wieder Spaß machen, das in allererster Hinsicht und ich will mich halt davon nicht stressen lassen, ne, dafür könnt ihr nichts, aber ihr wollt bestimmt auch eher, äh, geilen Content oder heilsameren Content als jeden Tag im Video rauszuhauen, ne, ich weiß, ich habe eine ellenlange Liste von Videos, von Musikwünschen, die ihr euch wünscht, ja, und ich würde euch dann am liebsten auch jeden Tag ein hoch, äh, ein qualitativ hochwertiges Video bringen, aber das funktioniert halt nicht, ne, ich habe Familie, ich arbeite und ich habe halt auch noch so ein Privatleben, ja, man mag es halt nicht glauben, aber vor allem jetzt im September fange ich eine neue Ausbildung an, zwei Jahre, das bedeutet halt auch sehr, 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 sehr viel lernen, ja, damit ich einfach einen neuen Lebensweg, einen besseren Lebensweg für mich einschlagen kann, dann noch mit Familie, da wird YouTube als Hobby natürlich hinten anstehen, das ist klar, ich werde trotzdem versuchen Content für euch zu bringen, aber auch wirklich immer nur dann Content, wenn ich darauf wirklich Lust habe, ja, ich will, dass ihr es einfach spürt, als ich sage, wenn ihr ein Video seht, boah, der Junge hatte Spaß, ne, das bedeutet, ich will einfach auch mehr Effekte in den Videos haben, mehr Schnitt drin haben, ja, weil nicht nur dieses Aufnehmen, sondern auch das Schneiden macht mir Spaß, ja, klar, es wird wieder ein bisschen over the top sein, es wird nicht jedes Video lustig sein können, ne, aber einfach ein bisschen mehr schneiden, vielleicht ein paar Sachen mehr einblenden, da habe ich Bock, glaube ich, ich habe auch schon Ideen für andere Videos, ja, die zwar auch mit dem Bereich Heavy Metal zu tun haben, aber jetzt keine Art Reaction Video, sondern was anderes, dafür brauche ich halt auch wieder, also an sich brauche ich halt auch kein Equipment, ne, das ist auch so eine Sache, immer wieder ständig neue Sachen zu haben, auch man nicht, ne, aber anderes Video, anderes Thema, anderes Thema, anderes Video. oder neues Video, egal, egal, ja, ich will einfach nur, dass ihr wisst, dass, ähm, wir den Content ein bisschen runterdrehen, dafür versuche ich, den qualitativ etwas besser zu machen, ja, ich verdiene mit YouTube auch kein Geld, ne, ich würde verstehen, wenn ich jeden Tag Content rausknallen würde, damit ich viel Geld verdiene, ich verdiene mit YouTube keinen einzigen Cent, die paar Videos, die ich monetarisieren kann, lohnen sich nicht, ja, weil die Aufrufe, oder entweder die Klicks dafür einfach nicht hoch genug sind, ja, ohne es böse zu meinen, dafür könnt ihr nichts, um Gottes Willen, darum geht's ja auch nicht, mir geht's ja nicht darum, hier irgendwie dicke Kohle zu machen, sondern, um Bands zu supporten, kleine Bands zu supporten, neue Bands kennenzulernen, was auch hier wunderbar funktioniert mit diesem Kanal, ja, Teufel Zeugs Records, mit denen arbeite ich zusammen, die haben sich jetzt vor ein paar Tagen die Videos angesehen, die fanden das toll, da wird weiterhin was kommen, ich kann euch jetzt schon verraten, Anfang September, wo die Blind Guardian Review kommt, zu The God Machine, habe ich mir bestellt, freue ich mich mega drauf, das mit euch gemeinsam zu hören, eine Meinung mir zu bilden, es wird auch noch mehr kommen, wir hatten ja letztens, habe ich ja geschockt für ein paar Euro, da wird auch noch ein bisschen was kommen, aber das sind halt alles Sachen so, die brauchen Zeit, ja, das bedeutet auch nicht mehr, dass jeden zweiten Tag vielleicht ein Video kommt, vielleicht kommt erst am dritten oder vierten Tag, vielleicht kommt nur noch ein Video in der Woche, oder vielleicht auch mal gar keins, ja, also ich werde diesen Kanal, das verspreche ich euch, auf keinen Fall aufgeben, dafür macht mir das Ganze zu viel Spaß und wir sind jetzt auch schon bei fast 2000 Abonnenten, das ist so krank, das ist auch so eine Sache, darauf wäre ich, hätte ich, ja, hätte ich nie gedacht, dass das so weit kommt, dass Leute das schauen und 50 Leute, also ungefähr im Durchschnitt so 50 Leute schauen die Videos immer, ja, egal welches Video, es schauen im Durchschnitt um die 50 Leute immer und das finde ich mega, mega geil, ja, tausend Dank dafür, wer immer diese 50 im Durchschnitt, die durchschnittlichen 50 Leute sind, die das immer schauen, es wird immer regelmäßig kommentiert von denselben Leuten, hammergeil, ich finde das toll, dass ihr euch diese Zeit nehmt, diese Videos zu schauen, für euch möchte ich das, für euch und mich, dass es einfach qualitativ auch mal wieder ein bisschen, ein bisschen lustiger wird, vielleicht auch mal ein bisschen emotionaler, ein bisschen mehr Unterhaltungswert, aber ja, auch alles wieder in Bezug auf Heavy Metal, ja, aber halt nicht mehr jeden Tag, weil ich finde es halt anstrengend, Streams werden auch wieder kommen, aber aktuell ist es mit den Temperaturen wirklich unfassbar anstrengend, ja, zwei schon streamen, mir läuft die Suppe, mir ist warm und, gut, jetzt finde ich auch gerade einfach keine Zeit, aber es werden wieder Streams auf Twitch kommen, ganz klar, weil es einfach Spaß gemacht hat und dann werde ich die Videos da auch auseinandersetzen und dann auch wirklich nur raushämmern, aber auch einfach nur, damit die Leute, die kein Twitch haben wollen, was ich auch vollkommen verstehen kann, dass sie halt auch einfach sehen, was wir da machen und einfach auch nichts verpassen. Okay, ich will das gar nicht so lange ziehen, wie gesagt, weniger Content, dafür hoffentlich qualitativ hochwertiger, einfach und der Kanal wird am Leben bleiben, definitiv. Wenn ich gar keine Zeit hätte, würde ich euch ehrlich sagen und würde sagen, so Leute, jetzt mal nicht. Aber ich will, dass es weiterläuft, ich will, dass wir weiterhin Spaß miteinander haben, dass wir neue Musik kennenlernen und dass mir die Sache auch einfach wieder mehr Spaß macht, dass es keine Verpflichtung mehr ist, dass dieser innerliche Druck, dieser Gedanke weggeht, man muss ständig was Neues hochladen. Nein, muss man nicht. Ja, wenn man einfach mal keine Lust oder keine Zeit hat oder einfach mal eine Auszeit braucht, dann sollte man die sich auch nehmen. YouTube ist für mich das wohl geilste Hobby, was es gibt, persönlich. Ja, ich liebe es, Videos für euch aufzunehmen, also wenn ich Bock dazu habe und Videos auch zu schneiden. Und ich habe ein geiles Programm Wondershare, da gibt es so tausend geile Effekte. Und da würde ich mir auch mal irgendwie ein bisschen austoben. Ja, also, morgen kommt auch wieder ein Video mit Adrian. Ganz klar, das steht außer Frage. Da werde ich auch schon schauen, dass ich da irgendwie was anfangen kann. Aber da muss man halt schauen. Ich habe noch so viele Videos, aber die habe ich halt alle so gedreht. Ja, man muss halt gedreht werden. Und ich will das halt nicht mehr. Ich will diesen Druck nicht mehr haben. Ja, die Videos, die kommen werden, die werden ein bisschen over the top sein. Vielleicht ein bisschen überdreht. Anders. Aber ich habe Bock drauf. Ihr hoffentlich auch. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Achso, das Community-Thema mit den Festivals wird auch noch kommen. Da habe ich aktuell einfach keine Zeit dafür gefunden, das zu machen. Ich habe es gesehen, dass es einige kommentiert haben. Und da wird auch noch mehr kommen. Verspreche ich euch. Okay? Also macht euch deswegen keine Sorgen. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Ich weiß, dass wahrscheinlich 90% die Leute es verstehen können. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für euren ganzen geilen Support. Und dann sehen wir uns wieder. Versprochen. Also, ich freue mich auf die nächsten Videos mit euch. Bis dann. Ciao.